So, der Bossweil ist im Endeffekt ziemlich below, ne? Jetzt hau ich hier ein paar Mops weg. Der Moor, der in der Reset, macht mir die drüben. Der hat ein bisschen Buggy, der Mob. Komm wieder rüber. Oh, die Gestalt ist verwandelt, hat er gesagt. Hm? Ach so, wegen meinem Trinket. Okay, ich brauche einen Cancel, Aura Makro fürs Trinket. Ich kann anscheinend noch nicht rüberspringen. Weil er meinte, ich kann nicht springen, weil meine Gestalt verwandelt ist. Weil irgendwie wenig Sinn ergibt, ne? Weil, war die gerade verwandelt? So, zurück. Ja, Lady Schuss war, habe ich vergessen. Sie ist ziemlich im Zähne, stimmt. Aber sonst haben wir nicht mehr viele Items. Der Gödel von Modermine, wie gesagt, sonst. Aber ich sage mal so, da ich so lange keine 25er hat, sich's laufen werde. Lohnzeit schon, ne? Die Außenhaut ist beschädigt. Wollt ein Zauberer, der die Verlangen hat. Alle, die Seite. Ihr wartet es meistens zu gedrehen. Ihr hilft schnellstärken. Irgendwie war ich ein bisschen spät drüben, könnte es sein. So, 5%. Das war der Bossfight. Sehr spannend.